In diesem Video werde ich dir ein neues AI-Tool für LinkedIn vorstellen und ich kann guten Gewissen sagen, dass es verdammt viel verändern wird, denn ich habe in den letzten Wochen damit ein bisschen rumgespielt und bin ziemlich beeindruckt, was dieses Tool alles kann und ich würde sagen, dass wir direkt in die Folge heute reinspringen. Bevor wir mit der Folge starten, würde ich mich extrem über einen Like freuen, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen anzukurbeln. Das hilft mir enorm und wenn noch nicht geschehen, dann kurz auf den Like-Button klicken und jetzt würde ich sagen, starten wir. Das wunderbare Tool nennt sich Tablio, Leverage the Power of AI for LinkedIn, Grow your personal brand in 10 minutes a day. Das ist das Versprechen, bevor ich reinspringe und dir den Preis verrate, zeige ich dir erstmal, was das alles kann. Und zwar habe ich mich erstmal hier bei meinem Account angemeldet und du siehst hier die erste Funktion, die relativ cool ist und relativ gängig ist, dass man natürlich sieht seine eigenen Statistiken, sowohl seine Follower als auch das Engagement, die Post, Comments, alles was man haben will und natürlich auch dahin gedreht sozusagen nach Tagen, nach 30 Tagen, nach 90 Tagen. Also alles, was das Herz begehrt. Es ist natürlich immer eine Sache sozusagen, sobald du dich angemeldet hast, sammelt der die Daten. Das ist das Wertvolle daran, also umso früher man sich anmeldet, desto besser. Ist aber eine coole Möglichkeit, um natürlich das Ganze nicht irgendwie manuell zu tracken, sondern natürlich einen guten Blick darauf zu haben, wie sich der LinkedIn-Account weiterentwickelt. Dann ganz cool, welche Posts in diesem Zeitraum jeweils am besten funktioniert haben. Da hat man natürlich auch immer einen guten Blick darauf, was funktioniert und was nicht. Und was ganz cool ist, dass man hier noch eine detaillierte Post-Performance hat, wo man wirklich sich angucken kann, welche Posts haben am meisten Impressionen bekommen in diesem Zeitraum, wer hat am meisten Engagement zum Beispiel bekommen. Hier zum Beispiel der Post, haltet mich für verrückt, aber ich will 120 Jahre alt werden, war so einer. Was hat am meisten Likes bekommen und wo gab es am meisten Replies. Und hier zum Beispiel wirklich in drei Dimensionen am meisten mit den 120 Jahre Engagement Rate relativ hoch, viele Replies. Das ist natürlich schon mal eine gute Indikation, um auch aus seinem Post am Ende zu lernen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, das kann man sehr gut hier ableiten. Aber das ist wirklich so die einfachste Funktion, die Tableau bietet. Dann natürlich eine Quee, also das bedeutet, du kannst hier auch alle deine Posts drüber planen. Da ich da relativ happy mit meinem Content-Board bin, habe ich das bis jetzt noch nicht integriert, aber diese Möglichkeit gibt es hier auch. Jetzt kommen wir mal zu den coolen Sachen und zwar springe ich vielleicht in das erste Feature rein, was ich super spannend fand, ist der sogenannte Search-Mode. Das bedeutet, hier kann man ganz verrückte Sachen machen und zwar habe ich hier schon mal, natürlich ist das Ganze, glaube ich, ich glaube nicht, dass das auf Deutsch geht, mal gucken. Das habe ich noch nicht getestet. Aber hier kann man jetzt so Stichwörter eingeben und ich zeige gleich, was man damit alles machen kann, weil das ist relativ cool. Ne, er sucht nach Productivity. Also wir suchen nach Productivity. Und jetzt, weil man ja immer wieder auch so ein bisschen auf dem Schlauch steht, kann man hier ganz coole Sachen einstellen. Und zwar muss er hier eine unendliche Datenbank gefühlt haben an Posts, auf die er zurückgreifen kann. Und du kannst dir angeben, wie viele Likes dieser Post mindestens gehabt haben soll. Also sagst, was weiß ich, 200 Likes soll der mindestens gehabt haben, älter als 30 Tage, sodass es vielleicht nicht kein aktuellster ist und muss irgendwie maximal 1000 Tage her sein, dass es halt auch nicht uralt ist. Dann kannst du hier noch so Sachen einschließen, aber wir drücken einfach mal auf Apply. Und dann ist das eine coole Möglichkeit, um so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Also das bedeutet, es hat mir unglaublich geholfen, einfach mal auch so zu stöbern zum Thema Produktivität, was es alles so gibt und gleichzeitig zu sehen, wie gut der auch angekommen ist. Also das bedeutet hier zum Beispiel 1000 Likes, sich den mal durchzulesen, was man alles machen kann, um Produktivität zu bekommen. Dann so kleinere sozusagen Sachen, die es hier gibt, die man sich auch durchlesen kann. Und immer wenn man einen findet, sozusagen kann man den hier speichern und zum Beispiel in Inspiration packen und später darauf zurückgreifen. Dann gibt es eine coole Funktion, die ist noch nicht ganz ausgereift, aber die Idee dahinter finde ich ganz cool. Du kannst hier auf Edit und Post klicken und dann kannst du den, glaube ich, wirklich hier dir schnappen und am Ende übernehmen. Aber er warnt dich hier unten schon auch Too Similar, also das bedeutet, den solltest du anpassen. Und ich glaube, den Button, den man klicken soll, lass mich lügen, genau, kann man hier auf diesen, hier oben draufklicken und hier kann er jetzt sozusagen dir eine Variation von diesem Post erstellen. Das heißt, du klickst hier auf Generate und dann soll am Ende eine Variation von diesem ursprünglichen Post entstehen. Also das bedeutet, er recycelt ein Stück weit und du kannst auch selbst bestimmen, wie viel er sozusagen ändern soll. Also immer hinter der Prämisse, dass da nichts kopiert wird. Das hat das ein oder andere Mal tatsächlich ganz gut geklappt. Manchmal hat er einfach nur Emojis hinzugefügt und das war's. Also da muss man am Ende noch seine eigene Note reinbringen. Aber immer im Hinterkopf behalten, das ist jetzt relativ noch am Anfang das Tool. Wenn sich das jetzt weiterentwickelt, dann kann das relativ lustig werden. Perfekt. Und du siehst hier wirklich live, wie er den schreibt, die Variation schreibt und du dir dann überlegen kannst, ob sozusagen du den übernehmen willst oder nicht. Ja, und du siehst schon, Titel sozusagen ist zu ähnlich. Hier würde wahrscheinlich, siehst du, hier fügt er irgendwie im Absurd viele Emojis sozusagen ein und das sei eine Form von Variation. Da müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen dran feilen, aber der Gedanke ist am Ende relativ cool, was man damit machen kann. Genau, den Mode. Für mich, für Inspiration relativ cool. Also wirklich auch zum Beispiel, was weiß ich, LinkedIn Marketing kann man hier eingeben und gucken, was er so ausspuckt, was andere Leute zu dem Thema posten und so ein bisschen gucken und Inspiration gucken, was irgendwie alles funktioniert. Coole Funktion. Dann gibt es hier den AI Generator. Content Creator kann man hier relativ coole Sachen machen. Hier werden sozusagen Posts für dich generiert und auch jeden Tag sozusagen refreshed. Also das bedeutet, daraus kann man sich ein Stück weit bedienen und das ist natürlich eine ganz coole Funktion, dass man da reingucken kann und auch immer wieder neue Sachen sozusagen dort drin sind, die man für sich am Ende nutzen kann und am Ende auch Inspiration sozusagen bekommt, weil ich glaube, das Beste ist ja immer, dass man nicht auf einer weißen Seite starten muss und das bietet am Ende dieses Tool dadurch, durch das es all diese ganzen Möglichkeiten hat. Ich komme gleich zu zwei Features, die meiner Meinung nach noch extrem cool sind. Ja, also insofern unbedingt bis zum Ende des Videos dranbleiben, weil die haben mich am Ende überzeugt, auch mit diesem Tool weiter zu arbeiten und zu spielen, weil das war etwas, was immer sehr kompliziert war und in der Vergangenheit ist auch nicht so wirklich eine Lösung dafür gab. Gucken wir mal, ob er, genau, er will jetzt hier gerade nicht so, hier gibt es den Post Generator und hier kannst du wirklich zum Beispiel, was weiß ich, sowas machen, Top Tools vor, dann kannst du hier vielleicht sowas wie LinkedIn Marketing eingeben, und zack, add und zack und jetzt generiere den Post und jetzt wird er dir sozusagen einen bauen. Für mich ist das alles sozusagen, kommt dann natürlich heute noch nicht der perfekte Post bei raus und das ist auch völlig klar, dass das nicht das gelbe vom Ei sozusagen ist, aber am Ende ist es immer etwas, um Inspiration zu bekommen, um Ideen zu bekommen und ich glaube, dass gerade, wenn man Posts erschellt, häufig das Schwierigste, immer wieder auf gute neue Ideen zu kommen und das bietet das Tool auf jeden Fall. Und du siehst, hier kommen so erste Sachen sozusagen raus, ganz cool, Unlock your LinkedIn Marketing Potential, Top Tools, Sales Navigator, Buffer, Canva, InVideo, Brand24, zack, 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 fertig. Also, aus meiner Sicht ein Post, mit dem man nicht viel falsch machen kann, der jetzt aber auch nicht einschlagen wird wie eine Bombe, was natürlich klar ist, aber eine coole Möglichkeit, um schon mal eine erste Idee sozusagen zu bekommen. Was haben wir noch? Der Hook Generator ist ganz cool. Es war getestet zum Thema LinkedIn Profile, ob er da irgendwie was gezaubert bekommt. Gerade die erste Headline ist ja das Wichtigste bei einem Post und insofern, wenn man da Unterstützung bekommt, ist natürlich das Coolste, was man irgendwie haben kann. Und da einfach sein Stichwort, was für sich gibt zum Thema Leadership irgendwie was ein. Ich gebe zum Thema LinkedIn Profil ein und gucke einfach, was er ausspuckt. Das ist natürlich eine coole Möglichkeit, die Tableau hier bietet. Noch nicht so ganz schnell hat man das Gefühl. Ich glaube, das merkst du, dass er ein bisschen am Rödeln ist, aber das kleine Männchen im Hintergrund muss da wahrscheinlich gerade ein bisschen schreiben. Wishing for a killer LinkedIn Profile. Could your LinkedIn Profile be secret weapon? Is it, is your LinkedIn Profile costing your opportunities? Struggling to stand out on LinkedIn? Want to turbocharge your LinkedIn Presence? Überhaupt kein Problem. Am Ende auch für alle Leute sozusagen, auch cool, dass er den ersten Absatz sozusagen gemacht hat. Ha, perfekt. Und für alle sozusagen, die sagen, hey, das ist ja irgendwie Englisch, will ich nicht, kann natürlich das ja einfach eingeben auf diepl.com und hier sozusagen das Ganze übernehmen. Oder natürlich mit ChatGBT, muss man dann noch ein bisschen auf Du sozusagen ändern und fertig. Na, also das soll einen natürlich auch nicht abhalten. Muss man auch nicht stundenlang übersetzen, das ist kein Problem. Aber das sind relativ gute Hooks hier, die man nutzen kann. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Genau, was gibt es hier noch? Viral Content sozusagen. Hier gibt es wahrscheinlich auch so alle möglichen Sachen, die rausgesucht wurden, was gerade sehr gut funktioniert. Auf LinkedIn von anderen Usern, wo man auch so ein bisschen gucken kann, inspirieren lassen kann, was eine coole Möglichkeit ist. Industry News habe ich bis jetzt noch nicht genutzt. Da kann man vielleicht auch so Themen aufgreifen, die gerade so groß werden oder irgendwie was sich tut. Genau, nicht so spannend. Hier kann man seine gespeicherten Sachen alle ablegen. Und du siehst hier, ich habe meine ersten Sachen hier gespeichert. Und jetzt kommen wir zum relativ coolen Feature, muss ich sagen. Und zwar gibt es hier das Feature Contacts. Und hier fängt er jetzt am Ende an, Leute zu sammeln, die meine Posts geliked haben. Und er hat jetzt hier schon die ersten 122 Leute eingesammelt. Und das ist meiner Meinung nach ein unglaublich wertvolles Feature, weil du erinnerst dich, bei uns gibt es den sogenannten Content Rebound, wo man mit Leuten ins Gespräch kommt, die mit deinem Content interagiert haben. Und das Coole ist, dass man die Leute hier auch relativ gut am Ende auswerten kann. Du kannst hier wirklich nach Filtern, nach Followern, du kannst sie nach der Position, nach der Company filtern. Du kannst gucken, wie viele Likes und Comments sie sozusagen hinterlassen haben. Das gibt es hier an der Stelle auch. Und auch die letzte Interaktion. Und hier gibt es ein cooles Feature aus meiner Sicht, wo du wirklich mit Leuten ins Gespräch kommen kannst. Ich schnappe hier mal einfach Kim und gucke mal, was er zaubert. Und zwar gibt es hier den sogenannten Get Ice Breaker. Und die Idee ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und eine charmante Nachricht zu formulieren, und die irgendwie wirklich was Individuelles hat. Weil das ist am Ende. Und ich glaube, das will ich auch jedem hier nochmal mitgeben, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Ja, okay, der ist ein bisschen schwach. I recently came across your inside LinkedIn-Post and marketing tips and found it really helpful. Da waren schon bessere dabei. Wir gucken mal, was er bei Olli macht. Dass man wirklich das Gespräch erstmal nur eröffnet und nicht irgendwie direkt versucht, keine Ahnung, zu pitchen oder so. Das ist zum Beispiel super konkret. Ich glaube, Olli hat ein Poster darüber gemacht. Genau, dass er sein Auto sozusagen wahrscheinlich, ja genau, dass er heute seine Schreibfähigkeiten nutzt, um sein Geld zu verdienen, sein Auto dadurch gekauft hat und dass er Schmidt da nichts hat. Und super konkret. Und das kannst du dann direkt als DM verschicken. Und das ist natürlich eine coole Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen mit den Leuten, mit einem super individuellen Aufhänger. Und diese Funktion, muss ich wirklich sagen, ist extrem cool. Auch gerade, wenn du jetzt hier nach und nach sozusagen die Leute sammelt und ein besseres Gespür bekommst, wer immer wieder bei dir liked. Weil das tatsächlich natürlich auf LinkedIn relativ aufwendig, das jedes Mal auswerten. Dann kannst du hier in Richtung Outreach gehen. Da werde ich aber in der nächsten Zeit ein neues Tool vorstellen, wo man wirklich seine Inbox sauber managen kann bei LinkedIn. Da ist ein cooles Tool rausgekommen, was ich dir vorstellen werde, was alles vereinfacht hat, weil in der LinkedIn-Mailbox versinkt ja wirklich jeder. Das kann man hier auch machen. Hier gibt es leider bloß nur in eine Richtung sozusagen. Du kannst hier nur rausschießen und das war's. Das ist nicht so hilfreich. Und du kannst hier Leute hinterlegen, mit denen du sozusagen interagieren willst. Das ist ganz cool. Hier schlägt er dir Leute vor. Zum Beispiel Leute, was weiß ich, die alle bei dir kommentiert haben. Da kannst du dann auch kommentieren. Oder du hinterlegst so gewisse People, bei denen du auch immer interagieren willst. Das war mal der grobe Überblick von dem Tool. Also ich muss tatsächlich sagen, dass es ein paar Funktionen gibt, die extrem cool sind. Das Dashboard zum einen ist aus meiner Sicht super wertvoll, da immer einen Blick zu haben, wie sich das Ganze entwickelt. Dann der Inspirationspart hier mit den Hooks und dem Search-Mode. Aus meiner Sicht super spannend, um einfach nie auf einer leeren Seite starten zu müssen. Und dann vor allem dieser Contact-Part ist aus meiner Sicht super spannend, um wirklich die Leute rauszufiltern, mit denen man vielleicht ins Gespräch kommen will und denen eine charmante Nachricht rüber schicken kann. Ich muss dir natürlich jetzt noch verraten, was das so kostet. Und mit 52 Dollar pro Monat ist das verdammt sportlich, das Tool. Ich muss sagen, dass die Funktionen, die ich gesehen habe, extrem cool sind. Viele Features aber wirklich noch etwas schleppend laufen. Und am Ende ist eine nette Inspiration, aber auch nicht wirklich mehr. Auf der anderen Seite das Feature mit den Kontakten, die meine Posts geliked haben und interagiert haben. Das ist aus meiner Sicht extrem wertvoll und habe ich in der Form auch noch nicht gesehen, dass es so leicht einem gemacht wird. Ich werde auf jeden Fall mit dem Tool weiter rumspielen und weiter berichten, wenn ich coole Sachen da drin noch finde. Ansonsten probiere das Tool gerne mal aus. Wenn du über ein cooles Tool gestolpert bist, was du vielleicht mal testen soll, gerne mal unten in die Kommentare packen. Ansonsten habe ich ein paar Tools in der Pipeline für LinkedIn, die uns den Alltag wirklich in der letzten Zeit nochmal deutlich erleichtert haben. Die werde ich dir alle zeigen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mir wahnsinnig über ein Like da lassen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.